Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber ich möchte Sie alle zum nächsten Deutschen Eigenkapitaltag einladen. Am 14. Juni ist es soweit. Ich stehe hier in der Repräsentanz der Deutschen Telekom und das ist kein Zufall, denn hier wird unsere nächste Konferenz stattfinden. Warum sind wir weg aus dem Jüdischen Museum? Viele fanden das dort immer sehr schön mit dem Glashof und dem schönen Garten hintendran. Wir haben aber unsere Veranstaltung verändert. Wir brauchten Platz für Networking und das steht auch im Zentrum unseres nächsten Eigenkapitaltages. Wir werden Workshops haben und ganz in der Mitte hinten im Raum kann man sich immer wieder treffen, sich austauschen, vernetzen und miteinander sprechen. Ich hoffe, dass Ihnen das Format und die neue Veranstaltung gefallen wird. Eröffnen wird das ganze René Obermann. Das ist jetzt ein Zufall, dass wir das ausgerechnet bei der Telekom machen, ist aber vielleicht auch ganz lustig. Jedenfalls freuen wir uns auf Sie. Was wir nicht verändert haben, ist, dass wir im China Club unsere Abendveranstaltung feiern. Viele sagen, das ist der beste Ort in Berlin. Ich finde das auch und wir denken, dass wir dort alle auch nochmal viel Zeit haben, um 300 bis 400 Gäste begrüßen zu können. Der Anmeldestand ist schon recht gut. Sie müssen sich also beeilen. Nicht, dass hinterher gesagt wird, es ist kein Platz mehr. Ich freue mich jedenfalls auf Sie. Kommen Sie alle und feiern mit uns.